So, Mahlzeit. Moin. Schwarz-Faust-Schmelztiegel. Da ist immer jetzt mal ein Schwarz-Lockes Schmelztiegel. Scheiße. Knorren aus, ne? Ja, Knorren aus. Speedboard an. Was für ein Siegel nehme ich denn jetzt? Ich habe das äußerst in der Mitte. Ich weiß nicht, was ich mir will. Dein Tisch? Ne. Das ist auch ich, das ist die Wahrheit. Von links. Okay. Denk ich mal, dass es das war. Okay. Äh, jo, ok, ok. Ist schon markiert, gut. Ja, das ist sehr schön. Oh Gott. Damage, 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 damage. Burst. Oh, oh. Oh, 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 oh. Deswegen. Oh, guck mal, ich nehme mal eben noch einen Stein auf hier. So, du willst ja nie. Ich glaube, hier sind auch nicht so viele Bosse bei den Enddingern immer so, ne? Ne. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, was dauert der mit der hier? Oh, damage, ich krieg damage. Out. Wo ist der? Wo ist der? Wo ein Feuer? Soll ich denn durchlaufen? Ich glaube, da nicht durch. Ich bin nicht der Einzige, der gewartet. Hier wartet doch einer. Ey, die ist so weit weg. Ich komme gar nicht. Ich muss einfach durchlaufen. Äh, ouch, 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 ouch. Schon wieder Feuer. Ey, ich bin extra durchgelaufen jetzt. Oh Gott, oh Gott. Aber ich bin auch irgendwie in Reichweite, um ein bisschen zu spammen hier. Mhm. Ah, ich glaube, ich mach das gut. So, wuh. Bin hier irgendwie top 50 im Schaden. Weiter geht's. Okay, geht weiter. Kommt ihr was? Hallo. 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 Wer wollte hola schreiben? Oh, aufzock. Aufzock. Oh, wir sind auf dem Aufzug. Ach so. Wie ist das? Ja, ich kenne das auswendig hier. Ja, ich weiß. Muss man da links oder rechts? Ja, ich weiß. Ich glaube, immer da, wo alle hoffen. Oh. Ja, ich bin bereit. Oh, Steinchen. Ja, ich hab vorhin schon genommen. Ich hab noch nicht gefüttert. Jetzt stellen die alle ihre... Was muss ja noch? Mr. Jive Turkey. Fahrstuhl, ich muss so, okay. Schwarz-Faust. Ich glaub, das ist der letzte Mods. Eigentlich ist der einzige Mods hier. Hier gibt es so zwei Mods eigentlich, ne? Echt? War ich schon hier? Ja, wenn wir sehen, wenn es Erfolg gibt. Go away! Go away! Ich wusste, dass einer den pult. Ja, toll. Jetzt sterben wir alle. Ich könnte mir fast vorstellen, dass einer nicht mehr reinkommt jetzt. Toll. Und immer hinterm Busch stehen, ne? Wenn du... Ja. Ich sehe mich sowieso nicht in der Menge. Ich sehe mich auch nicht viel. Ich krieg irgendwie viel Schaden. Ja, ich krieg auch, und Barry, äh, extrem. Ich meine, an unserem Scheiß-Equipment kann es ja nicht liegen. Oh. Da sind auch Womben, aha. Hm. Ja, der lässt in die Lumpen hier, der haut alles raus. Ich krieg alles an, ne? Das, was ich habe. Ja, mach das. Wenn es wirkt, dann, ne? Ja, das ist wichtig. Kann nochmal stehen bleiben, oder so. Aber da hat keiner hatte gemacht, ne? Ich bleib mir auf, was er hat. Wow! Was ist das denn? Ach, der ist auch und okay. Ja, das lässt uns jetzt hier alleine, oder wie? Nee, wer hat schon Bock? Der hat schon Bock. Der hat schon Bock, der hat schon Bock. Der hat schon Bock in Verkaputzung. Oh, kann man einer hier Schaden machen? Das ist alles so ein Lauch-Imm-Damage. Ich bin mal vor mir werden, so. Ich würde lachen, ey. Oh, äh, ich glaube, diese Maschine, da muss weg. Echt? Äh, denkt man schon. Sieht irgendwie ungezündig aus, wenn das Ding hier rumsteht. Na dann. Maschine hauen. Ja, von oben schmeißen jetzt auch noch welche, irgendwie Scheiße runter. Okay, die ist weg. Tucken. Ja, tucke dich mal. Ob das uns bringt. Auch. Auch. Irgendwer hat die auch Sperrfeuer. Die WM-Spieler. Äh, das ist schon wieder so ein App. Da ist wieder einer. Oh. Hält mich, Mann. Du hast ja noch eine Bubble. Hab ich eine? Welche ist das denn? Ich weiß nicht. Oh, guck doch mal vorher rein. Oh. 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 Ja, hier kann ich keine. Ich hab mich noch. Oh, du weißt nicht. Vielleicht kommen wir auf der Anseite, wir aus hier auf der Erde oder so. Das stimmt. Feuer ohne Ende. Oh, der macht. Ui, 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 ui. Bodeneffekte sehe ich hier. Oh ja. Ganz schön. Wo ist die Scheißbabbel? Ach, hier. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Prozent und es macht er bei ihr hier im Kuhl über die Mauer ich bin obgutig durchkommen auslaufen jetzt müsste er auch gleich immer weg sein hier bitte ich müsste nicht mehr tot sein Bonus Beute Was krieg ich denn hier Feines? 25 Gold Ja, das war's gewesen Zufällige Schlachtfälle Geht auf Scheiße Ja, das war's, danke für's Zuschauen Let's get it on Ja